ja okay so meine lieben Freunde ich habe jetzt das Video gestartet ja und äh was soll ich sagen Leute Mitarbeiter ist heute mein Freund schneller Test Hallo meine Freunde ja und heute mache ich mal eine Folge Bus Simulator eigentlich nehme ich Bus Simulator ja gar nicht auf als Video aber Leute heute äh nehme ich jetzt das Video auf, normalerweise ist ja so ein Stimmprojekt aber ja heute das ist einfach mal ein Video Mitarbeiter ist heute schnell Test gut, wir schicken mal unsere Angestellten einmal ganz schnell fahren dich und so zack, dann können wir nämlich auch mal auf den Streckenplaner und mal kurz unsere Mission anschauen übrigens Leute wird es heute einmal ganz kurz ein Video Realtalk geben äh plane eine Strecke mit maximal sieben Haltestellen die verbinden ähm was denn Mikro ja ich bin aufgewittert auf der Map und bin beim Spawn und ihr seid überall für den Schellen im Boot ja ja hm 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 äh äh beste Ergebnis nein Leute jetzt muss ich einfach schnell ach das hier ist ja meine Strecke, die zweite gut Leute dann fahren wir jetzt einmal ich hoffe dass dieses heute ist ein nationaler Falltag, mehrere Leute als sonst auch leckt so äh ja tut einfach schnell scha- zack fahren muss ich hier tatsächlich einmal so machen so ja mal ganz kurz perfekt hier rein fahr ne 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 bisschen scheiße aber egal gut Leute dann können wir eigentlich auch direkt mal mit dem Realtalk beginnen ähm ich hab den Motor aus und ausgemacht gut äh so klappen so ein Fahrgast müsst ihr was kaufen beide Leute machen wir gleich einzel standard einer danke danke ich brauche meine Fahrtkarte äh äh tag standard einer zack danke eine Fahrkarte oh ich hasse es wenn wir Leute mal irgendwas wollen äh standard perfekt einer boah das ist gut Euro eine Fahrkarte bitte das darf ich jetzt schon was Leute ja alle wollen tag send einer nein kann ich bitte eine Fahrkarte haben nein mein Gott du kriegst keine Fahrkarte so fuck standard einer nervig zack zack der letzte fuck standard real talk real talk real talk real talk real talk ja ja gleich gleich Mann ich bin so doll ich bin so doll gut Leute dann können wir auch mal schnell mit dem real talk beginnen äh und zwar oder wollte ich nochmal schnell das wollte ich aber das mit dem stream letztens äh ansprechen wo alle irgendwie dachten dass eine PS4 Verlosung und all das äh ich glaube tatsächlich dass das alles für ein spaß war und die Leute da irgendwas wollen also irgendwie eine Ahnung die dann haben mich verarsch wollten ähm wenn das aber nicht wirklich der Fall ist weil ich frage mich warum das du wirklich so viel mit dyslexas da waren zum fein 21 ist sie langsam runtergegangen ich frage mich dann tatsächlich ähm Leute warum der so viel dyslex hat wenn das kein spaß war dann Leute weiß nicht oder wüsste ich tatsächlich schon wer das hochgeladen hat und ich bin mit auch wirklich zu 99 prozent sicher dass derjenige das war ich spreche jetzt keine Namen an äh äh und Leute da wollte ich einfach nochmal sagen vielleicht war es einfach nur noch Spaß keine Ahnung ich hab keine Ahnung Leute auf jeden Fall habe ich keine PS5 ich bin einfach nur ein ganz normaler Minecraft YouTuber ich streame ab und zu mal auch Minecraft und vielleicht ab und zu auch mal Na klar Also ich verlos hier gar keine Pfandteller oder PS5 Augenblick Da klar Da kommt eigentlich wieder der tägliche Na klar Wo hab ich hier wieder Na wo Hier Na wo hab ich denn So Hier Hier Klar Na klar Na klar Hier Okay Wir haben alle eine Fahrkarte anscheinend gut dann können wir auch weiterfahren Ich muss mich hier einmal so schlecheln Joda Ich hab so einen Ruf von Schmuck Okay Da wollen wir uns was zu essen 953 weil sie mal reinformeln Fahr Die abonniert mal wieder War die ja? Ja Ja Leute der Abonniert-Shot her 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 Ja Boer er heißt auf Youtube Gaming WeltMD Abonniert-Shot her Das ist mein Kollege Das ist mein Kollege Das ist die vorbeångdadst Ja schon gefühlt Seit letztem Wochenende Digger Das ist so nicht nur normal Solar Wir haben das Fenster aufgemacht Neuer mein Friedrich Ach Nic Ist der immer noch krank? Ist der immer noch krank? Nja Er ist schon krank Oh er hätte schon fahren müssen Ups weiter die Führung auf der ich hoffe das Video hat jetzt nicht wenn wir danke er hat eine Batterie für die Eichhörigkeit er wurde es entweder gekauft hat alles wieder beendet ich mach gerade so fett Minus und das sieht nur daran weiter okay ich werde nie wieder die seine perspektive wechseln wird jetzt nur noch mit der perspektive bleiben ich habe jetzt locker mit der runde schon über 2000 minus gemacht und zu spät aus schlusser weiter das landstern berührt schlafen heute noch ein anderer herr naja das war jetzt müssen wir die leute wieder reinlassen weil er die spielerunde zu erlösen egal wie lange dauert ich könnte auch gern weiter lassen für meine tollen fahrkünste kann ich bitte eine fahrkarte jetzt kaufen tag standard und einer perfekt 3,80 euro zurück ich brauche eine fahrkarte aha aha tag student eine so tag 40 und bam danke für eine fahrkarte woche standard und eine 2 euro so sollte jetzt alles gemessen sein gut überprüfen Leute hier ist die fahrkarte und hier ist ein foto meiner katze sie heißt maunzi und hier ist ein foto meiner katze sie heißt maunzi und hier ist ein foto meiner katze sie heißt maunzi oba sucht du mal senioren augenblick assistenten oh nein ich hab sie verloren aha ja ab in die abo box sie haben meine fahrkarte schon gesehen nein nein sie haben meine fahrkarte schon gesehen nein oh nein ich hab sie verloren aha dann nur an die abo box ja ja wie oft wollen sie die denn noch sehen na klar hier bitte okay na klar hier bitte na klar okay also Leute falls ihr euch fragt warum ich ab und zu ein bisschen die ganzen Leute hier beleidige nein Leute jetzt ist natürlich alles nur als Spaß nein es ist natürlich alles nur als Spaß gemeint Leute ich äh beleidige eigentlich wenn dann immer nur als Spaß Leute und das ist auch nie ernst gemeint ich beleidige mich die ganze Zeit ja ich weiß das tun jetzt gerade alles äh Leute nein ich beleidige nie hehehehe wenn ich beleidige dann immer nur als Spaß ich lasse jetzt nicht jetzt hehehehe nein Spaß nicht also Leute wenn immer dann wirklich wenn dann wirklich nein also wenn dann ist es wenn dann ist es halt immer nur als Spaß gemeint Leute äh ja 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 ich hab mich immer noch als ich das Video heute hochladen soll ich hab mich auf das hier wird Leute ich hab's hoch ich hab's hoch ich nehm's runter wenn es zu künftig ist und habe dann einfach noch mal ich hab's hoch heute okay ja ich hab uns relax nein aber normalerweise ist das wirklich im auf ein Prozent wieder viel über Freude aber auch natürlich zeigt nicht dabei das ist das bringt die Prozent leider an den nächsten zwei Minuten kommt einmal wird neu ist es kommt in den nächsten Tagen und dann kann man sagen Samstag wird noch ein anderer wieder 4 kommen etwa vielleicht auch erst am Start kommt noch von den anderen Reden dauert also auch schon auf was gefasst ja aber leute dann noch mal zum richtigen jetzt und zwar wenn ich jetzt schnell testbar beleidigung statt ist nicht beleidigt ist es einfach in den meisten fällen heute ist eigentlich immer so spaß ja manchmal ist es halt auch ganz gemeint aber leute hier ist es halt so betrachten ich und schätze so gute freunde ich muss die von uns anhaben aha 120 jahre 120 nabobox mein lieber so leute denn ich hatte hier hat seine fahrkarte nicht wirklich so gute freunde leute das ist einfach wir können uns gegenseitig beleidigen wenn es mal ernst gemeint ist das ist eh kein problem leute ich muss sie verloren haben aha 120 wieder die abobox mit über na klar wenn die fahrkarte nicht haben dann sage ich das eigentlich aber weil es dann nicht so aber jetzt haben und dann müssen wir 120 euro eigentlich zwei und hier ist ein foto meiner katze und hier ist ein foto meiner katze sie heißt also ich hätte nicht gedacht dass wer ist ich hätte wenigstens gedacht die omi die omi ist sinnvoll aber nein hier ist die fahrkarte und hier ist ein foto meiner katze ein senior eine oma ein weiterer senior habe ich ihr unten nein ich habe sie vergessen aber schon wieder 120 jahr bauks mal lieber alle leute wie viele leute hier heute schwarz fahren so lange wir machen jetzt in 100 die kuh beruf wir machen ich habe mich immer hier an dieser straße ich hasse die straße das ist heute irgendwie so ein komischer feiertag deswegen ist das man hatte gerade einen knopf gedrückt aber das tut mich nicht weil wir fahren jetzt in 40 sekunden leute das ist jetzt die challenge in 40 sekunden zur nächsten haltestelle das ist jetzt die challenge ich war 77 grad oder ein ich komm schon an schaukeln aber ich kann das ich kann es doch aushalten noch geht's noch geht's das andere ich hätte oh nein okay leute die challenge kann ich vergessen ich hätte hier nämlich rechts rein müssen ich weiß nicht ob ich mit dem fahrrad nicht doch schneller wäre was soll das denn jetzt heißt dass du mit dem fahrrad schneller wärst ich bin hier grad 70 gefahren 80 sogar nur um dich hier fast pünktlich zu deiner haltestelle zu bringen also halt mal ein bisschen deine klappe aber meint mir kannst du auch mal mit dem fahrrad fahren aber das sind 10 Jahre nicht doch fahren sie langsamer fahren sie da gerade eben hieß es noch ich bin mit dem fahrrad okay ich habe wirklich langsamer fahren müssen ich habe jetzt ein unfall gebaut also ich muss euch das mal so erklären ich als heißt beim fahrrad wäre ich doch viel schneller jetzt leute jetzt müsstest du es so vorstellen jetzt heißt es fahren sie langsamer ich habe ich habe so viele pieken jetzt minus gemacht gefühlt habe ich nicht eine sache hier in der fahrt richtig gemacht heute und da ist eine haltestelle ich bin nur eine minute zu spät meine lieben freunde so zack angehalten schau ich werde geborene Brustfahrer wie man hier merkt ich habe ja auch schon heute sechs Unfälle gebaut oder so also ich habe viele Leute jetzt reinkommen eine Fahrkarte bitte Alter wenn jetzt eine Fahrkarte wollen sitzt morgen noch äh standard und zack 3 Euro 2 Euro 80 komm 1 äh 1 10 10 2 2 1 wenn 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 äh, eine Fahrkastticket, Daubertag Senior und eine ich weiß grad gar nicht, wovon ich rede oh mein Gott wollt ihr noch reinsteigen, oder war ihr auf dem nächsten Bus? oder mein Bus ist einfach voll, ich hab keine Ahnung nein wo hab ich denn ich sitz schon drin die brauchen noch einsteigen hab ich ihnen schon gezeigt sie haben meine Fahrkarte schon wo hab ich denn hier ist die Fahrkarte oh, und hier ist ein Foto meiner Katze Alter, schaffen sie es nur einmal nicht, ihre Katze anzudrehen hier ist die Fahrkarte ähm, und hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Maunzi so, nicht Katze, unsere Wenz ich hab jetzt mal Bock Leute, ich kündige, ich kündige so, ciao, Leute, das war's noch ein Video ich hoffe, es hat euch gefallen lassen, like, glaube, doch ich kündige Tschüss ich kündige, es bin wir Dart ich wäre mir wie congregiert mit ist ich